Für wen gilt die Rentenerhöhung 2022? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte in einem früheren Video oder einem anderen Video so mal erläutert die Zahlen und Daten zur Rentenerhöhung 2022. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal ganz kurz erzählen, für wen denn eigentlich die Rentenerhöhung 2022 tatsächlich gilt. Erstens, grundsätzlich erstmal für alle Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher einer gesetzlichen Altersrente, einer gesetzlichen Erwerbsminderungsrente, einer gesetzlichen Hinterbliebenenrente, einer gesetzlichen Unfallrente und der Altersversorgung aus der Landwirtschaftlichen Alterskasse. Für diese fünf Arten der Altersrenten gilt die Rentenerhöhung 2022. Die Rentenanpassung 2022 gilt grundsätzlich für alle Rentnerinnen und Rentner, die am 30.06.2022 eine Rente beziehen, also die Bestandsrentner. Und die Rentenerhöhung gilt natürlich auch für alle Neurentner, die nach dem 1.07.2022 bis zum 31.12.2022 eine Rente beziehen, eine gesetzliche Rente beziehen. Denn dann werden nämlich die neuen Renten oder die Zugangsrenten mit den neuen Rentenwerten, wie wir sie hier stehen haben, 36.02. und 35.53 berechnet, je nachdem Ost und West oder West und Ost. Und für alle diejenigen, die noch gar kein Rentner sind und erst in 20 Jahren vielleicht in Rente gehen, die haben auch was von der Rentenerhöhung. Denn aus folgendem Grund, wenn Sie also zum Beispiel einen Versicherungsverlauf haben, der bis zum 31.12.2022 gefüllt ist mit Beitragszeiten, beitragsfreien Zeiten und beitragsgeminderten Zeiten, dann werden daraus Entgeltpunkte errechnet. Wenn Sie eine Rentenauskunft bekommen, wird in der Rentenauskunft auf der ersten Seite, werden Ihnen dann verschiedene Rentenhöhen mitgeteilt. Und zwar unter anderem auch die Rentenhöhe der zu erwartenden Regelaltersrente, wenn Sie bis zum Stichtag 31.12.2022 gearbeitet haben. Und genau diese Rentenhöhe wird dann mit dem neuen Rentenwert West oder Ost berechnet. Der Kreis der Personen, die eine Rentenerhöhung bekommen, ist klar definiert. Und wir haben zu diesem Thema noch eine interessante Anfrage bekommen. Da ging es um die Frage, kriege ich denn als Teilrentner auch die Rentenerhöhung 2022 zum 1.7.? Na klar, kriegen Sie die auch. Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Voll- oder Teilrente bekommen oder ob Sie zum Beispiel eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen. Sie bekommen immer auf Ihren Rentenbezug eine Rentenerhöhung, wenn sie gesetzlich festgelegt ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018